Musik Hey Ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part meiner Perfect World Reihe. Ja, endlich kann es weitergehen und ich habe, ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung, wo ich stehengeblieben war und was ich jetzt eigentlich tun muss, dadurch, dass es doch einfach mega lange her ist, dass ich hier aufgehört habe. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt im Vergleich zu den letzten Parts, es ist wunderschön ruhig hier und es ruckelt nichts. Das ist doch mal, ja gut, vielleicht ein bisschen, aber es ist doch ganz angenehm, finde ich. Jetzt hat der hier eine Quest für mich. Tödliche Spuren Es gibt Hinweise darauf, dass sich eine andere heilige Bestie irgendwo im Norden herumtreibt. Geht nach Norden und findet heraus, ob dem tatsächlich so ist. Ich mache mich gleich auf den Weg. Okay, dann mache ich das doch mal. War nicht irgendwo noch dieser komische alte Kerl, der mal Quest für mich hatte? Ja, hier der hier. Ach nee, das ist der Bankier? Nee, das ist ja Blödsinn, der hatte ja nichts für mich. Okay, jetzt muss ich mich hier erstmal richtig umschauen, Mensch. Bin immer noch in dem Anfangsgebiet. Was hat der denn da für Quests? Teleporter. Luffey. Okay. Okay, meine Elfer habe ich schon, Schneiderinnen, Händler. Vielleicht kann ich mal ein bisschen von meinem Stuff verkaufen, ne? Die Händler sehen auch immer gleich aus. Ähm. Oh. Moment mal. Hallo. 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 Und Gürtel? Gürtel? Jawoll! Ich bin komplett... Okay. Ähm. Was bringt mir denn das? Einen ziemlich hohen Widerstand auf jeden Fall. Wächter Leinenhosen. Ja. Das hat sich dann wohl erledigt. Das ist aber nichts, was auf Zeit läuft, oder? Nur wegen Haltbarkeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verkaufen soll. Keine Ahnung. Was ist das denn hier eigentlich? Eines violetten Fuchsgeistes. Ich will. Cool. Warum weiß ich nicht, dass ich sowas habe? Und warum habe ich den hier zweimal? Na, ist egal. Okay. Ich glaube... Das kann ich aber mal verkaufen. Den Stuff hier auch, weil... Brauche ich eh nie. Elementares Pulver kann weg. Zerlummtes Fell kann weg. Weil da bin ich mir vielleicht gar nicht mal so sicher, dass ich den nicht irgendwann nochmal brauchen müsste. Das geht mit das Kettenhemd. Das ist der ganze Stuff, den ich hier immer eingesammelt habe. Teleport-Weihrauchs wichtig. Hiervon habe ich drei Stück. Das brauche ich sowieso nicht. Das kann auch weg. Halo-Gürtel. In tausendfacher Ausführung. Was soll das? Stehe ich nicht. Habe ich schon zweimal. Kann weg. Das kann auch weg. Ach ne, geht nicht. Aha. 600 nur seid ihr eigentlich... Mann, oh... Guck mal, wie leer man im Inventar jetzt einfach ist, ey. Mystisches Fell gibt ihr nur eins. So. Weg. Gut. Dann mache ich mich mal auf zu diesen Koordinaten. Und gucke mal, was da so für Biest da rumrennen. Im Prinzip ist das ja nichts anderes als, ich muss einmal da hinlaufen, habe dann meine Quest beendet und laufe einfach wieder zurück. Was ist das denn hier? Okay. Ich bin schon Level 7, ich brauche nur noch zwei Level. Ich habe von Bekannten gehört, dass sie sich so darüber kaputt gelacht haben, als sie den Part gesehen haben. Dass sie direkt gesehen haben, dass das für Level 9 war. Und ich renne einfach die ganze Zeit hin und stelle dann fest... Instanz? Spezialereignis. T-Krieg. 20-2022. Mit Roll über Archison. 1000 Strom. Führt zur Herrschaft über Perfekt-Vault. Kampf um Territorium. Blablabababab. Ähm. Ja, bei solchen Events werde ich vielleicht auch mal mitmachen. Das Problem ist, dass ich mich da im Moment noch gar nicht wirklich auskenne. Und auch festgestellt habe, dass ich mich in dem Spiel allgemein sehr schlecht auskenne. Ähm. Ich finde aber cool, wie das Interface sich hier verändert hat. Das sieht doch schon alles echt ein bisschen besser aus. Ah, hier. Verendet. Das war's jetzt schon? Gesichtsloser Affe. Ach, ich muss drei von diesen Viechern töten. Okay. Wie mache ich das doch? Ey, wo sind meine Angriffe hin? Moment mal. Ist das ein Angriff? Bewegungslose Aktion? Ein normaler Sebelangriff ist ein Nachtschatten. Fügt normalen physischen Schaden. Plus... Das ist ein physischer... Okay, Moment mal. Wo sind meine Fähigkeiten? Das kann ich ja jetzt hier so mal nicht auf mir sitzen lassen, du. Oh, Moment. Ey. Wo sind meine verdammten Fähigkeiten? Hier? Meditation. Fähigkeiten. Dankeschön. Ah, Gott. Noch eins. Tatsache. Weiser. Dämon. Das sieht cool aus. Bin ich schon mal gespannt. Ihr seid sicher, dass ihr 20 Münzen und 200 Nox ausgeben wollt, um dies zu lernen. Ja, gerne. Ach, ich brauche jetzt gar nicht mehr zu so einem Meister zu gehen? Okay. Kann ich das jetzt auch hier? Ja, cool. Okay. Ja, ähm. Ich bin etwas mäßig verwirrt, aber gut. Ich muss sagen, das sieht irgendwie alles schon ziemlich cool aus. Dissensbewusstsein, Vereinigungsbewusstsein, Transzendent. Coole Sache. Echt coole Sache. Das gehört aber alles zum Weisen, ne? Zum Dämon gehört was anderes. Vielleicht kann ich ja später entscheiden, ob ich lieber Dämon oder Weiser werden möchte. Wobei ich jemand bin, ich könnte mich da absolut nicht entscheiden, glaube ich. Wuhu. Boah, das sieht cool aus. Was habe ich denn da jetzt... Oh. Oh. Oh, das sieht gefährlich aus. Komm. Den einen hier noch. Shut up. Hey, das war meiner. Pfoten weg. Runtergefallene Frucht. Achso. Die muss ich bestimmt später einsammeln hier, oder? Habe ich jetzt drei? Ich habe drei. Ja und jetzt? Muss ich nicht zu dem Fritzen zurück? Aktive Quest. Wird aktiviert, wenn ihr Level 100 erreicht habt. Okay. Super. Okay, ich gehe dann einfach mal zurück. Ich hoffe, dass ich den Weg zurück finde. Ansonsten... Wie wäre es mit einer Karte? Hier irgendwo muss ich hin, oder? Gehe ich einfach mal hin. Dann musste ich zum Altar. Ich glaube, das war der Altar. Gott, mein Orientierungssinn. Moment. Nee, ist richtig. Oder? Ich weiß es nicht. Gott, das ist schrecklich. Wenn man nicht checkt, wo man hin muss. Ähm. Find ich richtig? Die sind Sternfrüchte. Äh, Stern... äh... Sterne. Sternseelen. Sterne. Okay, ich gehe jetzt einfach mal da hoch. Sieht aus, als wäre das... Das sieht ganz richtig aus. Da muss ich an meine Folgen denken mit den Rehpaarungstheorien. Das ist total bescheuert. Yadaychirnchen. Das sind alles Monster, die mir nichts tun. Deswegen kann ich sie auch am Leben lassen. Ich habe wieder diese komischen Schmetterlinge um mich herumfliegen. Das ist total komisch. Apotheke... Da hinten. Jetzt hat er wieder eine Quest für mich. Warum führt er mich dann nicht direkt wieder zu ihm zurück? Das ist doch... Unnötige Selbstlauferei. Ich weiß, ich bin faul geworden, Mann. Gib mir deine Quest jetzt. Die Neuigkeiten, die ihr uns gebracht habt, sind von großem Wert. Wir können nur mit Bestimmtheit sagen, dass die heilige Bestie im Norden niemand anderes als der Trunkenboldaffe ist. Wu Izen hat sich bereits auf den Weg dorthin gemacht. Macht euch auf den Weg und steht ihm bei. Wenn ich danach wieder hierhin watscheln muss, dann kriegst du aber eine auf den Deckel. So, jetzt laufe ich nämlich genau denselben Weg wieder. Das ist totaler Bullshit. Oh, läuft er nicht zurück? Das ist doof. Das ist ein Nachteil von diesem Autoroute-Hindingsbums. Wenn ich einmal von der eigentlichen Route abkomme, dann läuft der Auto nicht nach vorne wieder auf den Weg zurück, sondern läuft zurück. Das ist totaler Blödsinn. Ja, ich habe das viel zu lange nicht mehr gezeigt. Wirklich, viel zu lange. Das Problem ist, als ich damals angefangen hatte, war ja auch gerade dieses neue Update draußen. Dementsprechend hat jeder gerade mit diesem neuen Spiel angefangen. Und es war einfach so übermäßig voll alles. Es war nicht mehr schön. Okay, ich bin mal gespannt. Wo dieses Vieh jetzt ist. Und was dieses Vieh vor allem ist. Ist das dieser Wohuise? Ja, genau, da ist er. Okay, man darf gespannt sein. Hallo Wohuisen. Danke. Ein normaler Arzt heilt eine Krankheit. Ein guter Arzt heilt eine Person. Und ein außergewöhnlicher Arzt heilt die Welt. Äh, ja. Da seid ihr ja. Ich habe mich schon gewundert, wo ihr so lange bleibt. Bitte? Mein Gott. Wir müssen uns beeilen, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Gut, dann machen wir das doch. Hallo? Ich dachte, du willst mit? Der Trunkenbold Affe unterstützt niemals die Gerissenheit dieser heiligen Bestien. Sie sind uns darin keinesfalls unterlegen. Der Trunkenbold Affe weiß, dass wir ihm auf der Spur sind. Deswegen hat er sich mittels Illusionsmagie in diesem Wald verborgen. Solange diese Magie... Oh, das ist aber ein langer Text. Wirkt, können wir ihn nicht aufspüren oder im Kampf besiegen. Doch selbst die mächtigste Form von Magie hat real eine Schwachstelle. Und die Schwachstelle dieser Form ist das Blut des Wirkenden. Die Illusion kann durch das Blut des Trunkenbold Affen gebannt werden. Wir haben zwar keinen Weg, Blut direkt von ihm zu erhalten, doch das Blut seiner Diener sollte denselben Effekt haben. Na toll. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das Blut seiner Diener ist doch nicht dasselbe wie seins. Das ist totaler Bullshit. Naja, was soll's. Ich stelle hier mal die Quests nicht in Frage. Das ist doch das erste Mal, dass ich die Quests vorlese. Ich habe mir übrigens vorgenommen, das jetzt öfter zu tun. Wenn ich jetzt hin und wieder mal Quests überspringen sollte, dann haut mir auf die Finger. Nein, ich habe wirklich vor, die Questreihe jetzt immer mal so ein bisschen zu verfolgen. Dann bekommt man auch so ein bisschen was von der Story mit. Ich finde das eigentlich auch ganz wichtig. Gerade bei Perfect World, weil ich die Storys eigentlich immer sehr, sehr interessant fand. Affen-Jungs. Kriege ich das von denen? Ist das so? Offensichtlich, okay. Das ist gut. Hi, Überraschung. Dann gehe ich schon mal zu denen und mache die mal glatt. Was brauche ich denn? Fünf. Ja gut, normalerweise würde man wahrscheinlich nur einen... Äh! Bin etwas still, verzeiht. Normalerweise würde man wahrscheinlich nur eine, was sind das? Fiolen wahrscheinlich, äh, von diesem Affenblut brauchen. In diesem Falle, dadurch dass das seine Diener sind, braucht man wahrscheinlich fünf. Gut. Das... Klingt dann schon wieder ein bisschen logischer, aber irgendwie trotzdem... komisch. Uh! Kann ich da eigentlich rein? Ich will in den Baum rein. Äh! Cool! Oh, da ist was. Was ist das? Was bist du? Achso, das ist meine Elfe gewesen. Sehr gut. Okay, was kann ich denn hier tun? Kann ich hier irgendwas tun? Das sieht cool aus. Ui! Ähm, ich habe übrigens bei der letzten Folge einen Screenshot gemacht und habe den dann überhaupt nicht benutzt. Einfach weil ich, ähm, mir am Anfang hier festgelegt hatte, dass ich, äh, nur diese Bilder, die ich halt immer in den... Oh! Moment mal, der ist aber stark. Dass ich nur diese Bilder, die ich bisher in den Screenshots gemacht habe, benutzen wollte. Ähm. Sprich, äh, ich habe ja jetzt in den drei Folgen, die ich gemacht habe, glaube ich, immer abwechselnd zwei verschiedene Bilder benutzt und so wollte ich das gerne auch weiterführen. Ich weiß nicht warum. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, weil ich beide Bilder cool fand. Hehehe. Deswegen habe ich am Ende aus beiden Screenshots gemacht. Äh, Quatsch. Ähm. Thumbnails? Hab ich jetzt die ganze Zeit von Screenshots geredet? Ja, ne? Ist egal. Jedenfalls meinte ich das Thumbnail. Ja, das ist genau das Blut, das wir brauchen. Ich werde nun meinen Zauber wirken. Seid ihr bereit? Natürlich. Immer. Ja, mit dem Vieh. Ähm. Hallo? Energieentzug. Mein Zauber wird euch in eine harmlose kleine Kreatur verwandeln und eure Blutmagie verstärken. Ich kann Blutmagie? Coole Sache. So dass ihr dieses Gebiet unentdeckt durchqueren und die Illusion banden könnt. Sobald ihr das vollbracht habt, solltet ihr nach dem Trunkenboldaffen suchen und ihn besiegen, bevor er eine Möglichkeit findet, sich aus dem Staub zu machen. Kein Problem. Ähm. Blutbindungszirkel. Oh, cool! Oh, ich bin... Haha, ist das süß! Oh, ich bin viel schneller! Voll gut! Mann, die kleinen Viecher rasen ja voll ab hier! Oh, ist das cool! Ich mag das voll! Oh, bin ich nicht niedlich? Ich habe ein Glöckchen um den Hals! Oder habe ich irgendwas im Maul? Ne, ich habe was zu essen im Maul gehabt! Haha, wie süß! Hier scheint der Schwachpunkt der Illusion zu sein. Bunzi und der Trunkenboldaffe können sich nicht länger verstecken. Verstanden. Oh, Upsi! Oh! Oh! Ach ne, das ist der noch gar nicht. Hohohoho! Jetzt kommen wir zum Trunkenboldaffen! Yay! Dann mache ich den noch platt und dann ist gut. Nicht, dass mich seine komischen Lakaien jetzt auch noch alle angreifen. Das könnte ich nicht so gut vertragen. Ähm, und jetzt? Huh! Oh! Der ist aber groß, du! Der ist groß! Ah! Stirb! Habe ich Tränke? Oder ich habe Tränke? Ah, sehr gut! Ui! Komm schon! Ach, der tut mir ja kaum was! Ist ja süß! Kann ich nicht meine Elfer auch? Hier, die kann doch auch sowas! Hier, da! Ach scheiße, der ist schon tot! Na super! Das war jetzt keine sonderlich große Herausforderung! Na gut! Ich bin ein Level aufgestiegen! Nice! Heißt das, ich kann doch meine Fähigkeiten haben? Ne, kann es leider nicht! Was ist das denn hier eigentlich? Ey! Ach so, da muss ich meine geistige Bildung erweitern! Richtig? Wegen geistlicher Adept! Okay, also ab jetzt gilt es daran, meine geistige Bildung zu erweitern! Gut, ich gebe die Quest noch ab und dann beende ich den Part an der Stelle auch! Weil ich bin wieder bei 17 Minuten! Ja, 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 ich weiß! Komm schon, beweg dich! Oh, jetzt das kleine Vieh war ich so schön schnell! Das war super! Ich will wieder so schnell sein! Die nervt mich gerade dadurch, dass die so langsam ist! Ich spring jetzt einfach immer! Da bin ich zwar nicht viel schneller! Das fand ich in Dark Project immer so cool! Wenn man da gesprungen ist, war man schneller! Gab's im vierten übrigens auch nicht mehr! Da gab's allgemein vieles nicht mehr! Ich hab auch das mit den Böden gar nicht erwähnt! Oh, ist egal! Ich wollte jetzt hier nicht über andere Spiele reden! Hi, war schon! Hey, komm schon! Entdeckt! Der wahre Körper erscheint! Ja, exzellent! Das ist die Seele des Trunkengoldwaffen! Gebt sie mir und ich werde sie versiegeln! Ich habe bereits eine weitere Mission für euch! Puh, was kommt als nächstes? Oh, das sah cool aus! Okay, aber wie gesagt, ich beende dann an der Stelle den Part! Die nächsten Missionen, die er für uns hat, machen wir dann auf jeden Fall danach! Und ich bedanke mich fürs Zuschauen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und ich hoffe, ihr freut euch auch darüber, dass es endlich weitergehen kann! Ich mich auf jeden Fall! Und ich bin sehr, sehr gespannt! Und wie gesagt, wenn ihr mal mitzocken wollt, das könnt ihr gerne tun! Ich bin ja, wie gesagt, noch ganz am Anfang! Ich habe vielleicht zehn Quests gemacht oder so und bin gerade mal Level 8! Das holt ihr locker nach! Und ja, dann meldet euch einfach bei mir! Wir können eine Zeit ausmachen! Und dann könnt ihr gerne mit mir zusammen eine Runde zocken! Und... Ja... Ei! Entschuldigung! Jedes Mal am Ende vom Part bin ich abgehend! Naja! Dieses Mal ist mir aber Facebook nicht dazwischen gekommen! Das ist doch wundervoll, oder? Naja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen! Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung! Da sind wie immer wichtige Links drin! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge! Bis dahin! Ciao!